Ja, hi, meine verehrten YouTuber und natürlich TikTok-Fans. So, mir mal was gegönnt, neuen Schrank. Da steht er, neuen Schrank mit richtiger LED-Beleuchtung. Ja, da fehlt natürlich noch was, da muss man natürlich noch was reinstellen. Vieles habe ich weggeschmissen. Vieles habe ich weggeschmissen, vieles habe ich weggeschmissen. So, dann kommt dieses Sideboard da weg, wo der Fernseher drauf steht, kommt weg. Kommt auch die Woche oder nächste Woche. In der gleichen Farbe natürlich, das Sideboard in der gleichen Farbe. Nächste Woche. In der gleichen Farbe. Das Sideboard. Dann steht das Fernseher noch ein bisschen höher. Und, ja. Die Ecke da hinten kommt raus. Kratzbaum und so weiter und so fort. Kommt raus, Kratzbaum und, ja. Aber, geiler Schrank, wo? Ja. Sag ja, immer was Neues. Immer wieder was Neues. Auf geht's hier. Alles einsteigen. Wir starten. PC auch neu. Wir starten. Wir starten. Alles einsteigen. Das ist ein wundervoller Schrank. Ein wundervoller Schrank. Ne, Blickie? Blickie, blinkie, blickieb�icblik, blickglickMich, blick... Blick 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 blick, blick 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 blick... 密watch.... meeow geschickling mee mee Mimi. Bicky, komm mal raus da. Boah, hast du jetzt Angst vor mir, oder was? 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 Naja, auf jeden Fall immer wieder was Neues. Immer wieder was Neues. Immer wieder was Neues. Immer wieder was Neues. Ja, 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 ja. So, und dann kommt dieser neue Schrank. Der Sideboard kommt auch dann neu. In der gleichen Farbe. Und... Ja, war eine geile Sache. Ja, 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 ja. Ah, sieht geil aus, ne? Modern ist der Schrank, neu ist der Schrank. Nichts hier aus dem Sperrmüll oder sonst irgendwo her, sondern der ist neu mit der Wolke waschen. Den habe ich erst mal gestern zusammengebaut. war nicht so einfach alleine den schrank aufzubauen bin ja schon mal froh dass mir den gebracht haben ja ja auf jeden fall ist noch nicht viel drin aber auch langsam kommt man ein ziel vieles habe ich auch weggeschmissen vor allen dingen viele fotos und so weiter und so fort viele fotos viele erinnerungen alles weggeschmissen alles was stinkerlogen war musste ich wegschmeißen egal von wem auch immer alles was stinkerlogen war musste ich wegschmeißen sowas braucht kein menschen ja meine liebenden youtube fans und zwar bei tik tok bin ich natürlich auch dabei und wie gesagt immer schöne videos dort und ich kriege dort viele likes und viele follows und ja seid dabei so ist das naja auf jeden fall wünsche ich euch jetzt noch einen schönen dienstag ja kriegt gleich besuch so sieht es aus und die frage an sie haben sie die tage auch erstmal den ganzen tag unterwegs den ganzen tag unterwegs alles klar ich wünsche euch noch einen schönen dienstag